5, 4, 3, 2, 1 Ja, Freitag, der 2. August Gleich fängt die NFL Pro Season an und der neue Spongebob-Film kommt raus Doch, es ist doch eine Kehrseite Denn heute am 2. August hört Nersul für eine Weile offiziell auf, Übersetzungen zu machen Und da möchte ich mich auch verabschieden Danke für die ganzen Übersetzungen Ohne dich hätte ich jetzt bestimmt smg4disneyland oder dickneyland Oder andere Videos auf Englisch schaut Ohne überhaupt manche weiter zu verstehen Das werde ich zwar jetzt inzwischen auch machen Aber ja Danke für alle Übersetzungen Und ja Ich wünsche dir noch ein schönes Leben Und mal gucken, ob du mal vielleicht Irgendwann zurückkommst